Einen ähnlichen Grabstein hat sich Jens Pascal aus Dortmund gewünscht. Aber erst nach einem langen Streit mit der Kirche durften die Eltern das Grabmal ihres verstorbenen Kindes mit einem BVB-Logo versehen. Bei der Kasseler Friedhofsverwaltung gibt es weniger Probleme bei individueller Grabgestaltung. Von der traditionell eingefassten Parzelle bis zum Naturgrab ist alles möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017